Heinz Schubert war ein deutscher Schauspieler, Schauspiellehrer und Fotograf. Besondere Bekanntheit erlangte er durch die Figur des »Ekel«, Alfred Tetzlaff in der Fernsehserie »Ein Herz und eine Seele«. Leben frühe Jahre Der Sohn eines Schneidermeisters geriet als Angehöriger des Volkssturms zum Ende des Zweiten Weltkriegs in britische Kriegsgefangenschaft. Danach begann er, unmittelbar nach Abschluss einer Schneiderlehre, eine Schauspielausbildung in Berlin. 1951 holte ihn Berthold Brecht an sein Berliner Ensemble, bei dem Schubert bis zum Bau der Berliner Mauer 1961 blieb. In der Bundesrepublik arbeitete er ab 1961 sowohl als Theaterschauspieler als auch als Schauspiellehrer, zunächst als Dozent, später als Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Hamburg. Bereits 1958 hatte Schubert als Filmschauspieler debütiert. Zunächst arbeitete er für Produktionen der DEFA und spielte unter anderem die Rolle des Schweizer Kass in der Filmversion des Brechtdramas Mutter Courage und ihre Kinder, die er oft am Berliner Ensemble gegeben hatte, und zudem in Märchenfilmen und in der beliebten Stacheltierreihe. In der 1961 produzierten DEFA-Komödie auf der Sonnenseite spielte Schubert bereits in Ekel-Alfred-Manier den Brigadier Schnepf. Übersiedlung Nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik 1961 spielte er auch in Fernsehproduktionen. Ab 1973 machte ihn die Verkörperung des Ekel-Alfred populär. In der satirischen WDR-Fernsehserie Ein Herz und eine Seele von Wolfgang Menge spielte er als Alfred Tetzlaff eine Karikatur des rechtskonservativen Spießbürgers und Familientyrannen. Die nach dem britischen Vorbild Till Death as Du Part von Johnny Spade gestaltete Serie sorgte durch ihre Themen und ihr Vokabular für zahlreiche Fernsehskandale, entwickelte sich aber zum Publikumsmagneten. Seine Wandlungsfähigkeit bewies er unter anderem durch seine vielgelobte Darstellung des Haji Halif Omar in der 26-teiligen ZDF-Fernsehserie Kara Ben Nemsi Effendi nach Karl May, mit Karl Michael Vogler, Hans Epskamp und Joachim Regilien, wie auch durch Hauptrollen in Kinofilmen wie Der starke Ferdinand und Hitler, ein Film aus Deutschland, in dem er unter der Regie Hans-Jürgen Süberbergs sowohl Adolf Hitler wie auch Heinrich Himmler verkörperte. Neben Michael Caine spielte Schubert in dem britischen Agentenfilmfinale in Berlin, in der deutschen Fassung synchronisiert von Rolf Schult. Durchgehende oder wiederkehrende Rollen übernahm Schubert in Fernsehserien, wie etwa die des Privatdetektivs Fetzer in Detektivbüro Roth und die des Wirtschaftsprüfers Dr. Fink in dem ZDF-Mehrteiler Der große Belheim von Dieter Wedel. 1996 spielte er in Mit einem Bein im Grab ein weiteres Mal die Hauptrolle in einer Serie von Wolfgang Menge. Die deutsche Adaption der erfolgreichen britischen BBC-Serie One Foot in the Grave von David Renwick beinhaltete mit dem von Schubert gespielten Viktor Bölkow wiederum die Karikatur eines Klein- und Spießbürgers. Im Gegensatz zu Ein Herz und eine Seele verkörperte er darin allerdings nicht einen Familientyrannen, sondern einen vorzeitig passionierten Miesepeter, dem auch von seiner Umwelt übel mitgespielt wird. Neben seiner Arbeit als Schauspieler widmete sich Schubert der Fotografie. Besonders bekannt wurden seine zahlreichen Fotos von verschiedenen Schaufenstern und Schaufensterpuppen, mit denen er 1977 auch auf der Documenta 6 in Kassel vertreten war. 1979 veröffentlichte er dazu den Bildbandtheater im Schaufenster mit Schwarz-Weiß und Farbfotos. Für seine künstlerische Arbeit wurde Schubert unter anderem 1993 mit der goldenen Kamera ausgezeichnet. 1994 erhielt er zusammen mit Dieter Wedel, Will Quattflieg, Hans Korte und Mario Adorf den Grimme-Preis mit Gold für der große Belheim. Er starb am 12. Februar 1999 im Alter von 73 Jahren an einer Lungenentzündung in Hamburg, wo er viele Jahre auch als Schauspiellehrer tätig war. Schubert ist auf dem Friedhof der Friesenkapelle in Wenningstedt beigesetzt. Seine Ehefrau Ilse Schubert starb am 13. Oktober 2017 im Alter von 86 Jahren in Wenningstedt. 10. Oktober 2017 im Alter von 86 Jahren in Wenningstedt. 10. Oktober 2017 im Alter von 86 Jahren in Wenningstedt. 10. Oktober 2017 im Alter von 86 Jahren in Wenningstedt. 10. Oktober 2017 im Alter von 86 Jahren in Wenningstedt.